So und nun zu dir, kleiner Mann. Lass mich frei, bitte! Nie im Leben, ha 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 ha. Oh Gott, Leute, der hat sogar Lix gefangen genommen. Äh, 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 hoh, wo bin ich denn hier? Auf, auf einem, auf einem Schiff? Oh mein Gott, Leute, wo ist der Game Master? Wo ist Lix? Oh nein, Leute, aber hey, da bist du ja wieder. Freut mich wirklich mega, dass du wieder eingeschaltet hast. Vergiss, wir wollen dich jetzt schon mal, den Kanal hier zu abonnieren und rechts daneben auf die Glocke zu drücken, damit du ein Teil der coolsten Armee auf YouTube wirst, nämlich der Icky-Armee. Ha ha, ganz genau. Und Leute, es würde mich super duper freuen, wenn ihr dem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben geben könntet, also ein Like da lasst. Das würde mich echt extrem freuen. Und wenn auch ihr hier in den Kommentaren angezeigt werden möchtet, genau wie diese anderen coolen Kommentare hier, dann schreibt einfach in die Kommentare Dova Dova Game Master, Icky-Armee oder irgendetwas anderes Liebes in die Kommentare und dann kann ich dich auch einblenden. So, aber genug geredet. Wir sind hier, oh mein Gott, auf einem Schiff. Wie komme ich jetzt hier runter? Oh Gott, muss ich da rüberspringen? Oh Gott, das ist total hoch. Und, ja, ouch. Wo ist der Game Master? Wir müssen ihn dringend finden. Oh, hier kann ich lang. Und zack. Und so, super. Oh, ich habe hier noch das Tablet. Leute, wie cool. Meint ihr, das ist mit dem Game Master verbunden? Wir schauen mal. Kein Signal. Leute, wir müssen dringend das Signal vom Game Master finden. Denn beim letzten Mal haben wir eine Nachricht bekommen und zwar von Lix und dem Game Master. Der hält Lix und Alfie hier irgendwo gefangen. Aber ich weiß nicht wo. Wir müssen jetzt ganz dringend das Geheimversteck finden. So, mal gucken, ob ich hier Signal finde. Nein. Gut, dann laufen wir jetzt einfach mal hier lang. Oh, hallo, wer bist du denn? Ein Bauarbeiter? Na, schönen Tag noch. Huch, der sah ja komisch aus, Leute. Aber irgendwie ganz nett. So, dann laufen wir jetzt mal hier lang. Und ich würde sagen, wir laufen am besten mal zur Polizeistation. Da müssen wir bestimmt wieder Signal haben. Nein. Huch, habt ihr gesehen? Ich bekomme langsam Signal. Das heißt, der Game Master muss hier in der Nähe sein. Game Master, wo bist du, du Fiesling? Okay, das heißt, er muss hier irgendwo sein. So, am Park? Das ist doch der Park. Und Licks Haus. Oh ja. Wir müssen da jetzt mal ganz schnell hinlaufen. So. Und zack. Habt ihr das gehört, Leute? Das ist der Game Master. Wo ist der? Der ist hier irgendwo. Da vorne. Da ist er. Auf dem Kürbis. Ein wunderschöner Tag, um etwas Böses zu tun. Der Fiesling. Der will etwas Böses tun. Oh nein. Er will schon wieder einen Hasen kaputt schlagen. Hase. Hase. Mein Empfang wird immer schlechter. Heute gibt es lecker Hase. Oh Gott, der ist schon wieder ein Hasen. Der Typ ist ja komplett durchgeknallt. Okay. Und jetzt muss ich rausfinden, wo er Licks und Alfie versteckt hält. Okay, ich muss hinterher. Wir haben irgendwie Lust auf etwas Böses. Da vorne ist er. Ich glaube, ich gehe in mein geheimes Versteck, was niemand kennt. Habt ihr das gehört, Leute? Der will in sein Geheimversteck. Das liegt jetzt an uns, Leute. Wir müssen jetzt ein Geheimversteck ausfindig machen. Und ihn dann unschädlich machen. Und dann die anderen befreien. So, und jetzt nachgucken. Wann mal. War da jemand? Oh nein. Habe ich mir wohl nur eingebildet. In Alfies Haus? Ach, das ist ja ein geheimer Keller. Oh mein Gott. Der geht in diesen geheimen Keller hinein. Hier habe ich die Schüler versteckt. Oh nein. Er hat die beiden neuen Mitschüler schon besiegt. Oh, die armen neuen Mitschüler. Versteck mich mal hier. Eine Waffenkammer? Oh mein Gott. So viele Waffen. Ich kann mich niemals stoppen. Das gehört, Leute. Der will, dass ich ihn nicht stoppe. Aber das kann er sich auf jeden Fall abschminken. Mit dem Diabantschwert werde ich ihn auf jeden Fall verhauen. So, zack, zack. Haha. So, jetzt wollen wir mal weiterschauen. Was macht ihr denn? Oh, ich liebe diese Ünste aus der Renaissance. Hahaha. Und was ich noch liebe ist, wenn meine Feinde eingesperrt sind. Hahaha. Oh mein Gott, Leute. Seht ihr das? Der hat Alfie gefangen genommen, dieser Fiesling. Der arme Alfie. Und vielleicht ist ja da auch irgendwo Lex. Wir wollen mal weiterschauen. Du, kleiner Banause. Du denkst wohl, du kannst dich mit mir anlegen. Hahaha. So, und um zu dir, kleiner Mann. Lass mich frei. Bitte. Wie im Leben. Hahaha. Oh Gott, Leute. Der hat sogar Lex gefangen genommen. Und zwar in so einem komischen, engen Raum. Das gibt es doch gar nicht. Wir müssen die beiden auf jeden Fall befreien. Oh Gott, oh Gott. Ganz für mich, kleiner Mann. Niemals. Du bist fies. Hahaha. Du wirst noch tun, was ich verlange. Hahaha. Oh Gott, Leute. Der foltert die beiden sogar. Oh Mann, der arme Alfie und der arme Lex. Die sind dort beide einfach gefangen genommen. worden von dem doofen, doofen Game Master. Wir müssen ihn auf jeden Fall aufhalten. Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass er die beiden einfach so gefangen hält. Hm, was sollen wir tun, Leute? Sollen wir uns irgendwie die Polizei holen oder sollen wir reingehen? Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung. Aber der Game Master kontrolliert die gesamte Stadt. Die Polizei wird uns nicht helfen können. Wir schauen mal weiter nach. Hahaha. Du, kleiner Limmel, denkst ernsthaft? Du kannst dich hier befreien. Icky wird dir niemals helfen. Icky wird dir sowas von den Hintern versohlen. Hahaha. Das denkst auch nur du, kleiner. Oh Gott, Leute. Wie soll sich denn Lix befreien? Ich meine, da gibt es ja nicht mal einen Schlüssel oder sowas. Oder vielleicht doch? Wir schauen doch mal rein. Hahaha. Denkst du ernsthaft? Du wirst hier rauskommen. Niemals. Hahaha. Und diesen Schlüssel wirst du erst recht niemals bekommen. Hahaha. Wie ich ihn bekommen werde. Du wirst es noch sehen, du Fiesling. Hahaha. Das denkst auch nur du. Oh Gott, oh Gott, Leute. Wir müssen jetzt warten, bis der Game Master irgendwie mal kurz einschläft oder sonst irgendwas. Und dann müssen wir da ganz schnell rein und den doofen Game Master verhauen und irgendwie die anderen beiden befreien. Ich habe gesehen, dass dort eine Spitzhacke hängt. Wenn wir die nehmen und den Schlüssel nehmen, können wir die anderen befreien. So, jetzt unbedingt mal reinschauen. Und geht der Game Master weg? So, haha, mein Guter. Ich gehe mal kurz auf den Pott. Hahaha. Oh Gott, Leute. Er geht jetzt aufs Klo. Ich stecke mal kurz das Tablet weg. Und, solange der jetzt auf dem Klo ist, werde ich mich jetzt gleich reinschleichen. So, ich stehe jetzt mal langsam auf und schaue mal, ob der Game Master hier irgendwo ist. Der müsste jetzt aus dem Keller kommen. Oh, oh. Ich muss hier noch ein bisschen gedulden. So, Leute. Also, ich erkläre euch jetzt den Plan. Wir schleichen uns jetzt in Alfis Haus. Wir gehen am besten durch den Hintereingang. Und dann werden wir die anderen beiden befreien. Also, Alfie und Lix. So, und jetzt springe ich mal hier rüber. Und zack. Super. Oh Gott, oh Gott. Ich habe es geschafft. So, jetzt gehen wir hier durch den Hintereingang. So ist der Game Master irgendwo hier. Dieser doofe Fiesling. So, der müsste jetzt oben im Klo sein. So, ich gehe jetzt hier runter. Und ich hoffe, dass dort Lix jetzt ist und ich ihn befreien kann. So, oh Mann. Das ist der eine Mitschüler und das ist der andere. Oh Mann, die armen Mitschüler. Die wurden hier einfach besiegt vom doofen, blöden Game Master. So, Leute. Gebt auf jeden Fall dem Video einen Daumen nach. Geht nach oben und seid jetzt mal ganz still, Leute. Wir müssen jetzt ganz dringend hier Lix und Alfie befreien. Aus dem geheimen, dunklen Keller. Lix. Lix, bist du das? Ich komme, Lix. Hilfe. Icki. Icki. Alfie. 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 Alfie ist weg. Leute. Hat sich Alfie etwa selber befreit? Oder wurde er von dem doofen Game Master mitgenommen? Das kann doch nicht wahr sein. Lix. Icki. Nix. Weißt du ja endlich. Alter. Bitte hol mich hier raus. Wie soll ich dich hier rausholen? Ja. Der Typ ist total verrückt. Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht, was der von mir will. Oh Junge, Junge. Bitte hol mich hier so schnell wie möglich wieder raus. Der Schlüssel passt ja gar nicht. Versuch das Ding irgendwie kaputt zu machen oder so. Wie denn? Oh Gott. Hier sind noch zwei weitere Leichen. Schnell, bevor er wieder zurückkommt. Wo ist denn der hin? Ich weiß es nicht. Der meinte nur, er muss aufs Klo oder so. Aber wo geht es? Oh Gott, oh Gott, Leute. Wir haben nicht so viel Zeit. Wir müssen jetzt ganz dringend Lix und Alfie befreien. So. Ja, schnell raus hier. Hast du Alpha gesehen? Der Alfie ist hier, aber er ist irgendwie verschwunden. Was? Wie kann das sein? Ist hier ein Geheimgang oder so? So bescheinend ist hier keiner. Oh Junge, Junge. Wir müssen schnell hier raus, bevor dieser Typ wieder zurückkommt. Sollen wir hier nochmal schnell reingehen? Auf jeden Fall. Der hat gesagt, da sind Waffen drin. Oh, guck mal Lix. Wow, Alter. Okay, ich nehme mir die hier. Boah, zeig mal. Boah, das sieht ja aus wie bei Fortnite. Peng, peng. Alter. So, komm mit. Wir müssen hier schnell weg. Oh, oh. Oh Junge, hier sind Skelette. Nicht, dass der Game Master kommt. Oh, hörst du ihn? Er ist oben. Er redet mit uns. Nein. Was sagt er? Hörst du das? Schnell, lauf weg Lix. Lauf, wir müssen uns verstecken. Wir müssen uns verstecken. Ich glaube, der rennt uns hinterher. Oh Gott, oh Gott. Oh, hier, hier Lix. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben Lix aus dem Geheimkeller vom blöden Game Master befreit. Der arme Alfie ist irgendwie komischerweise verschwunden. Und der Game Master verfolgt uns jetzt. Ich würde sagen, das war es jetzt erstmal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video unbedingt einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal und drückt rechts auf die Glocke. Schaut doch unbedingt bei Lix vorbei. Wir laden jeden Tag neue, spannende, coole Videos hoch. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaut euch unbedingt alle anderen Videos von mir an. Und schaut morgen wieder vorbei. Bis zum nächsten Video. Tschüssi. 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 Tschüssi.